Heute haben wir eine ziemlich verrückte Runde in Showdown. Auf geht's, passt auf. Wir haben jetzt hier Sprout und Edgar, den sperren wir jetzt hier aus. So verdient! Haha! Und dann kommt der nächste, ich hab mich schon gefreut, so ein Karma-Moment. 13 Cubes. Ach, Digga, was soll ich denn machen? Und dann respawnt ein Mate noch. Das war so geil, das war einer der besten Momente im Push.